Und heute öffnet sich das achte Türchen. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt ganz viel tolle Dinge gefunden, die euch vereinen, die euch als Superteam darstellen können. Heute haben wir den ersten körperlichen Impuls. Es ist kein großer Impuls, aber für die eine oder für den anderen wird es doch eine kleine Überwindung sein. Worum geht es? Macht euch ein schönes Ambiente. Setzt euch gemeinsam gegenüber hin. Schaut, dass ihr nahe genug seid, eure Hände in die Hand zu nehmen. Und vielleicht wollt ihr eine Kerze anmachen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wollt ihr euch einfach nur in Ruhe hinsetzen. Es geht nämlich darum, dass ihr euch eine Minute ruhig, ohne zu sprechen, in die Augen schaut. Was? Hört sich komisch an oder hört sich gar nicht so schwer an? Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bitte stellt eine Stoppuhr. Ich weiß, wie es manchmal ist. Manchmal denkt man sich, naja, ist die eine Minute schon rum und manchmal vergisst man die Zeit. Die Zeit vergessen ist kein Problem. Aber für diejenigen von euch, die solche Aufgaben noch nicht so gut kennen, da empfiehlt sich der Wecker tatsächlich. Danach könnt ihr euch darüber austauschen, wie es sich für euch angefühlt hat, euch eine Minute in die Augen zu schauen. Und ja, es darf witzig sein. Es darf auch ganz komisch sein. Und es darf einfach alles passieren, was ihr erlebt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß für dieses kleine, aber feine Experiment. Vielen Dank. Vielen Dank.